sehr wenig rüber kommt aktuell unterwegs oder niederly olaf 3 auf vieles 3 theoretisch aber abgibt es drei bekommst du gar nicht weil es so hart contest ist johne 3 listen 303 war es so war so sieht man selten das wird auch meistens so fünfter vierter oder so zwei nie besser doch wenn du zwei jahres und altes minas du zwang 2 stompid morello hast du mir auch eng als zwei oder so dann kannst du kannst auch sechs da spielen geht auch klar ist auch solide habe ich auch von gespielt erst ersten platz nach ersten platz habe ich zwei gespielt und du brauchst meistens level 8 und so also level 7 reicht häufig nicht aus ja da brauchst du wahrscheinlich lehrt und sowas in der richtung ist auch wieder steil und zwei also ich würde nicht aktiv a4 das 3 gehen du bekommst die stage 3 26 afilius oder so und du bist der einzige das spielt dann kannst du auf level 6 afilius 3 rollen aber ich bin erstmal froh wenn ich behaupten den afilius 1 habe wann habe ich erst einen afilius 1 gefunden von chat stage 3 3 3 5 später auf jeden fall so norm sie ist nicht kanoniert und norm sie ist hat sie keine mage mirage swallop okay wir sind da ja einfach glaube ich da will sie auch dabei ist ja wir sind da ja wir sind da ja noch einpasst es wird zwei bei euch einfach noch was am besten für die sincare acht dragon menzer und dann halt items wie in der tierlist sind nur sechs drei menschen ich sollte ich sollte achten aber achten menschen bekommst hat so schwierig na deswegen habe ich sechs drei menschen gemacht aber wenn der chance ich verkaufe alles 10 gold ich muss einmal dass mich einmal scouten chat nom sie ist mage okay dass ich einmal scouten kurz chat oder von der sara mir erst mal mir vielleicht was komplett offenheit oder astral early gold farm ade in was ade deja glaube ich auch nein 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 alter ich habe kein astral 2 ne ich glaube double trouble ist fein alter ich wollte das sogar dacia schmieren ich hab extra die schweiz auf dem feld gestellt aufs feld gestellt 2 4 5 ne ich komme auf ich komme auf 20 gold richtig 20 gold und abfahrt ich habe extra die astral's und leona aufs feld gestellt mir rags ist giga gut wallop jule content vintage easy und wand wäre okay gewesen so das ist mein drittes mal double trouble heute damit schweiz ist glaube ich auch gut genug oder ich glaube damit ja das war das von den drei ich hatte double trouble für die verhandlung was war das dritte chat was mir aber lp mal chat am ende am ende vier kann und hier ohne ohne rail let's go alter short of dark ist auch ziemlich geil immer mäßig die meisten einheiten interessieren es eigentlich sich eigentlich nicht so sehr dafür ob sie geschraubt wurden oder nicht außer zu den letzten also aus china und sowas kann ich überhaupt eine unit kill nein ich würde oder so vielleicht let's go 32 war hertha runterrollen diesmal bitte alter diesmal ab viel aus in stage 32 und nicht in stage stage 33 oder so nachdem ich runtergerollt auf 10 gold jede runde ich hatte gerade ein game sieben leute seien und ich auch einer war flex und spielte da hat vielleicht ja dafür ist ganz okay genommen sie kann verschiedene eigenschaften haben ja ausrufzeichen politisch eingeben ihre synergie ich möchte knapp verlieren habe ich überhaupt million schon kill nein der will auch knapp verliert aber der neid ist einfach mal mein team scheiße mann alter nächste runde full hat nächste runde full hat es sind zwei leute die viele stiegen wollen meinen Scheiße, Mann, Alter Nächste Runde Full, Full, Full Tryhard Aber sowas von Mann, ich brech's dann in Lushik ab, der ist einfach Fucken Achter, ne? Der ist einfach Giga Achter Das ist legit Giga Achter Ich tu da nicht Double Neal rein und wir sind verlieren, ne? Jetzt hab ich gewonnen Jetzt würde ich gern nochmal gewinnen Als möglich Ja, gut Wir sind schon wieder behind In AP kommt aktuell nicht so spielbar AD kommt sind halt tausendmal stärker Einzige AP kommt, die du wirklich jede Runde spielen könntest Bis auf Pirat Also es wäre Deja, bis auf Pirat-Synergy Der ist auch Aphylos Auf jeden Fall Der ist auch auf jeden Fall Aphylos Hallo Xander Pirat ist aber insane, ehrlich, finde ich Ja, aber Deja spielt es am Ende nicht Ich kann einfach pre-leveln hier, ne? Ich kann einfach pre-leveln hier Ja, pre-leveln Was ist behind? Achso, ist da leise Alle Matches Saya oder Aphelios? Aphelios ist stärker aktuell Aphelios ist leichter Saya im Super-Lake mit Shyvana so Ist wahrscheinlich stärker So Alle Xander, ne? Können wir die neutrale Runde gewinnen? Oder Was geht hier ab? Schaffe ich diese Runde? Double Ja, hiermit schaffe ich das, glaube ich, ne? Hiermit schaffe ich das, glaube ich Double Vladimir auch einfach Genau, eine Runde dann wieder Olaf Aphelios Zom Zom Aphelios Okay, wir müssen ganz schnell rollen Wir müssen ganz, ganz schnell rollen Aber ich rolle auf Null Roll auf Null, ja Nicht zögern, nicht zögern Solo, nicht zögern No Zögerino Bin ich jetzt schon 6 in der Rolle? Ist mir auch okay, ne? Na, es ist gut, es ist gut, es ist gut Ah, es ist nicht gut Es ist nicht gut Was ist das? Ah, es ist nicht gut Nächste Runde Level 7? Ich schaue Nächste Runde Level 7, Olin Vielleicht? Wie viel kostet Level 7? 32 Gold, ne? Ich hätte 30 Gold zum Rollen, richtig? Fuck it, Level 7, Olin Hab Chance auf Graves? Ah, Natschurrock, die ist fun Ich glaube, ist okay Also, wenn ich jetzt nicht 6 rolle Dann rolle ich einfach auf 7, glaube ich Und der hat schon alles getroffen Der Typ Der rollt dann auch gleich runter Ich halte es einfach von mir aus Level 7, Baby It's lit Level 7, Baby It's lit So, it's So, it's fucking lit Sieg's hier Renner, Philios What the fuck? What the fuck? Junge, jede Runde Jede Runde Finde ich Graves 2 vor Abilus 2 behoben Also Voll überhaupt In der Philios Junge, das ist die dritte Runde In Folge Oder so Junge, wie kann es denn möglich sein? Wie kann es denn möglich sein? Behaupten wir Okay, wir suchen Double Grace Double Rail Double Dingsbooms Und Level 8 Und Level 8 Und wir auch Aber ich gehe jetzt Level 8 Einfach richtig Noch einer Filios Noch einer Filios Ich glaube Der muss raus No Und ich glaube Erdicke im Tank Dann bis dann Der hat halt kein Item Ist das Problem Ah, wir können dem Chain Ich kann ihm Chain geben Ich mache Last Rispos erst Glaube ich Rod könnte auch Moralo sein Ah, 2 2 2 2 Der ist bestimmt 1 Der ist Level 5 Gebe loben Last Oh wait Ich habe 90 AP Ich verkaufe Rang Glaube ich Oh, Economy Tu einfach Aphidus ein Wie gut ist Soul Siphon? Schlecht Dark Flight ist broken Soul Siphon ist schlecht Und wenn du Soul Siphon spielst Spielst du halt Weniger Dark Flights Das ist schlecht Man könnte man Shroud Lilie geben Und dann verteilt Ihr das Item auf alle Ja Aber Shroud ist nicht gut Die besten Items sind Seeks Für diese AD-Comps Protect as Wo Sie sich Rod Sekunde Das Cast heißt gut für mich Ich habe Rod, Chain, Glove Bow Bow oder Tier Ah, wait Es gibt kein Tier Bow oder Tier Ich kann auch Belt, Morelle machen Das ging auch What the heck What the heck What the heck Und das Whisper Ah, vieles nehmen? Nein, 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 nein Carse suchst du Items In der Regel Ich kann nicht Ah, vieles random mitnehmen Mich da einfach rollen kann Wo kommen die ganzen Graves her? F-Killed bis neu hier So das heute glaube ich Immer auf Level 6 Graves geht es Das was, äh, das was Knorri schreibt Das was Knorri schreibt Rod kann auch damit werden Aber möchte ich eigentlich nicht bauen Äh, wir teleportieren uns jetzt Jetzt schaue ich nochmal nach Wenn wir uns teleportieren Kriegen wir den Buff nicht, ne? Ja, also auf Gegnerboard nicht Auf eigenem Board kriege ich Siegs Buff hier vorne Alles klar Also wenn ich nicht zu viele Darklight-Einheiten habe Kann ich das nutzen Für eine Person Die sowieso kein Darklight-Buff bekommt Oh, was mach ich da? Okay, es ist schon Whatever Ich nehm immer das sichere Darklight mit Was hältst du von Rageblade auf Graves? Sehr gut Das ist eine der besten Items Also wenn du keinen Last Whisper hast Dann Dann BT Rageblade BT Rageblade würde ich bauen Plus eins Du hast keinen Der Last Whisper tragen kann Dann lass Whisper auf ihm Ansonsten so Giant Slayer Titans oder so Ist auch gut Drei Darklight-Leute Top 4 Bing Chilling Bing Chilling Oh Na ich muss 4-1 Oh No, 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 no Muss 4-1 auf jeden Fall Viel rollen, ne? Systemi Burgi ist auch beim Board Was los? So, meine Gegner sind Olaf 4 Aphelios Som Zweites Som Zweimal Der zweite Der vier Aphelios hat Oh, der hat kein Dingens Der hat kein Darklight-Item Oder was? Ah, ne BT BT Oh Das ist der dritte Som-Spieler? Oh Gott, oh Gott Ja, das Das passiert mir auch Öfter mal Dass ich eine Com spiele Die nicht so Contest ist Und auf einmal Sind es drei Leute Drei Leute spielen Eine schlechte Com Also es ist eine Nicht so gute Com Zumindest, glaube ich Drei Leute Som, ne? Mal gucken, ob Einer davon Und der spielt Der spielt Shyvana Sion So, wenn er kann, glaube ich Die lassen sie Suche ich halt ein Schlinge Der Rengel kann auch raus, ne? X hier Tektos Wow hier, ne? Rengel kann raus Rengel kann raus Rengel kann raus Ja, ja Rengel Nicht mal recht Die kann auch Alles mal raus Gewinn So Phantom 2, ne? Zweite Railway gewinnen Auch so gewinnen Vielleicht Auch so gewinnen Sunfire Okay, let's go Wait What the 1, 2 1, 2, 3 Oder chat Chat schnell Fuck, alles gut Better together, no? Better together ist so gut, ne? Ich habe auch schon Protector's Mouth Better together ist so gut No? Better together ist so gut Eigentlich Was ist das andere? Ricochet? Ricochet ist auch gut Ah, better together ist so gut, ne? Better together ist so gut, ne? Ich habe nicht Einfach, weil ich auch Noch Ich habe hier schon sogar Protector's Mouth Und halt noch ein Sieg Natürlich Rell hier Rengar Ciao, Bella Das ist so gut, jo Das ist so gut, Alter Triple-Protector's Mouth Hahaha Triple-Protector's Mouth Was denn gar nicht Deine Meinung nach Die besten Comps für Ranked Außer es ist ein Tierlist Ich habe sie eingerankt Die meisten Leute spielen Windstreet Saya Windstreet Pantheon Windstreet Deja Wenn du Giga-Highrolls Auch Aushin Und solche Sachen Ansonsten viele spielen Das, was ich spiele Ah, viele ist Darkflight Ja Das sind schon so Die besten Comps, glaube ich Nila geht auch Natürlich Nila geht auch Shyvana Hyrule geht auch Mit Scope Weapon 2 Also unendlich Range geht Yona auch ganz gut Dragonmancer Lee Sin und so Ist auch gut Solche Sachen Zählt Siegst Das Aura-Item Ja, Ausflugzeichen Better together eingeben Dann siehst du alle Auren-Items Aura, Auren Keine Ahnung Ich habe Chain und Rod Schon wieder Double Das Chaos Ist schon wieder Insane für mich Schon wieder Ampilos 1 Aber diesmal sind wir Drei Leute Und ich habe halt Ich glaube ich habe Level 7 gerollt Und Gun Mordok Gun Gut Let's fucking go man Okay Ich suche Ich rolle hier Healing Item Weil ich habe auch kein Healing Diesmal durch Augment Vielleicht blöd Aber gute Lustrik Comps Lustrik hier Das hier Lustrik Aphelios Lustrik Nidalee Lustrik Olaf Lustrik Yone Zu was in der Richtung Lustrik Dragonmancer Nunu Wenn du Dragonmancer Früh hast Und so Du sagst immer Aphelios Der heißt auch Aphelios Oder Wenn ich das Auf Englisch ausspreche Let's go Level 9 Weil ich habe Tiny Tides So genommen Ich würde gerne wissen Was mein zweites Augment war Tiny Tides war zu dem Zeitpunkt Okay Weil zu dem Zeitpunkt Hatte ich gar nichts Bin an Level 7 gegangen Hab runtergerollt Und dann habe ich alles getroffen Also bis auf Aphelios Wo ist ein neues Item so gut Es gibt ein Haufen Es gibt Schild Und ein Haufen Stacks Ist einfach broken Schild und ein Haufen Stacks Für fast alle hier Ist Gio broken Boah Blue wäre auch Nein, nein, nein That's true Healing Item What What Where the heck Wait a second What the What What the Fuck Gib ich dem das Warum Wer hat schon Dings Ich gib's aber Rel Glaub ich Ich gib's aber Rel Glaub ich Weil der hat schon Full Mana Braucht das eigentlich Gar nicht mehr Den kann man nicht spielen Glaub ich Vielleicht super Late Game Mal gucken Seju Ne Seju Prockt das nicht Also Protector's Bau Darkflight Prockt kein Protector's Bau Glaub ich Wenn ich mich nicht täusche Wenn ich mich nicht täusche Danke 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 Teisse Danke Auch für 22 Monate Hast du keine Zeit Oder macht dir die Season einfach keinen Spaß Danke Auch für fast zwei Jahre Bereits Teisse Danke Danke Auch für 8 Monate Komm auf Wenn es dir kein Spaß macht Weil du einfach viel verlierst Dann kann ich dir ein paar Tipps geben Wenn du willst Aber Sonst Ich mein Man muss nicht Jedes Season Spielen Ich hab besten Besten Slot Besten Slot Besten Slot Let's go Level 9 Ich muss jetzt aufpassen Ich darf meine Gegner Nicht Level 3 hätten lassen Kein Olaf 3 für den Keine Saiyaj Shibana für den Oh der hat Oh der hat Der macht dasselbe Wie ich Shibana 2 Vor Saiyaj 2 Kein Olaf Kein Olaf 3 Hauptsächlich Ich könnte Ja so Pharrell spielen Glaub ich Ist auch nicht schlecht Honorell 1 Ich glaub Ja so hierfür Ich glaub das ist Oh mein Gott Ich wollt grad Ob ich Forge Das ist besser Besser glaube ich Sicher dass Rage Pit Bis zum Slot of Graves ist Denken Tidans Besser da Rage Pit Ist ja gut Titans ist auch sehr gut Also ich würde am liebsten Last Risp Bei Aphelos geben Und dann halt ihm An das Item noch geben Titans oder Giants Oder so Ne ne Titans ist hier Komplett nutzlos Ich hab 4 Protectors Wow Das was ich nicht brauche Sind Resistenzen Nein Nein Mein best Item wäre hier Giant Slayer oder so Last Risp Aphelos Und dann Giant Slayer Aber na gut Ich hab halt Ich hab halt 4 Graves vor dem ersten Aphelos gefunden Also Also hat er Bekommt Lass los Verhalten Exelbar Aber auf wem Oh mein Gott Alter Exelbar Ja So erstmal Reforged Wenn ich noch ein State Bekommt Reforged Einfach zu Ja ich bin einfach zu Groß Meine Hitbox Hat ganz anders Jetzt hier Lieber Bau Das Sunfire Early Slam Das ist eine schwierige Frage Um ehrlich zu sein Es kommt aber an Welche Komplett spielst du Willst du das hier spielen Dann slammst du keinen Sunfire Dann slammt das erste Eine was du suchst Ist Siegst Falls nötig Musst du Open Porten Oder so Für Siegst Aber das ist zu wichtig Wenn du andere Komplett spielst Kannst du Sunfire Das erste Mal Wenn du diese Komplett spielst Kannst du nicht Sunfire bauen Dann baust du Belt Siegst Und Chain ist Protectors Bau Oder halt Oder halt Wie heißt das Oder halt Stone Plate Spiel ich nicht ne Spiel ich nicht Seju kann auch raus Eigentlich Seju kann eigentlich auch raus So ein Stone Spieler Ist Top 4 geworden Sind wir 4 Leute da Vielleicht Top 4 Ne Einer ist rausgeflogen Einer Der ist Siebter geworden So passt das Aber Shin of 9 Ne Sekunde ich muss kurz umlegen So Level 9 So ich gehe Level 9 Und dann tue ich rein Bart Sorak oder so Geht auch klar Na Swain spielen wir glaube ich nicht Weil ich habe auch keinen Rengar hier Relfe Attack Speed Ich habe schon Double Seeks Auf meinem Grace Ressel Ich habe schon Double Seeks Auf meinen Carries bereits Ich tue Rail rein Ich kann halt andere Units buffen Aber das sind nicht meine Carries Gerade keine Neela und Swain Wegen Double Trouble Ja Also Neela hätte ich sowieso Nicht gespielt Aber Also ich würde Swain spielen Aber ich habe Dingens Ich habe Double Trouble eigentlich Wenn ich hier Remover hätte Wäre insane Aber ansonsten gebe ich ihm einfach Ja Ja ich tue zwar Bart Soraka rein Das ist mein Team Double Trouble auf meinem Carry Der Rest mir Oh Ich kann mal zweiten Ich kann mal zweiten Jahr So auch rein tun Das geht auch Der Grace bekommt nur einmal Seeks Oh Oh danke dir Guter Hinweis Danke dir Das ist mein Sehr sehr guter Hinweis Ah ne ich suche vier Kanonier Mann Läng mich nicht abchat Ich brauche Oh mein Gott Ich brauche Sender zurück Das wäre ein sehr sehr guter Hinweis Wir können das einmal so spielen Ne Bin mal kurz mit Swain 3 oder so Ist ja Yasuo Jetzt habe ich Double Buff Oder Ja Würde Yasuo aber auch Seeks geben Ah Spiel ich Swain Jetzt fühle ich es nicht so Du musst halt Rengar dann auch spielen Sechs Dark Knight Aber fehlt das nicht Mal ein Carry oder so Bin ich brauche Okay Ist somit actually gut Ist somit actually gut Nein wir spielen vier Kanoniere Wir spielen vier Kanoniere Sobald ich kann Ich bin halt Frontline Ne Vielleicht doch Dingens Ich bin halt Frontline Bei mir klappt Komm eine Komm Tipps für dir Das hier spielen Ansonsten Olaf Oder Wenn keine Company Klappt Heißt das wahrscheinlich Du spielst nie gutes Early Game Das heißt Blue Streak Aphelios Blue Streak Neerly Blue Streak Olaf oder so Blue Streak Dragon Mancer Nunu oder was Keine Ahnung Wie gewinne ich jetzt Wie gewinne ich jetzt Hier dieses Game Ist actually Swain Ist actually Swain Ist actually Swain Oder was Keiner meiner Darkfights Ist halt ein Carry Ich hab Apfilos 1 Kann das sein Ich hab Apfilos 1 Oder Apfilos 1 ohne 1 Das macht ja gar nichts Schind 2 ohne 1 Das macht halt auch nichts Ist einfach Ja So hinten glaube ich Eine Sender Spiele ich 4 Dings Ich mache aber alles Level 3 Rell nicht Dank den Rocken Der Frosch Tag auf für 10 Minuten Einfach Graves 3 Man Machen mal Dicke Bizeps Alles klar MbH Wie lange Machst du Lust Schick Bis Stage 3 2 meistens Und dann halt Von da aus rollen Ja ich brauche Giant Slayer Auf ihm Irgendwie Mover Ich brauche Irgendwie Mover Und Giant Slayer Wechsel Das war auch sick So Halle Aximos Halle Lero Ich hab viele Fragen Chat Ich mach mal Zwischen den Games Bisschen länger Fragerunde Ich muss auch ein bisschen Das Game machen Ich muss noch überlegen Was Also wir sind Top 2 Aber mit was kann ich hier erster werden Vielleicht einfach Double Yasa Zweites auch Findest du ein Tank Item of Grapes Titans ist okay Wenn du willst Das muss erstmal reichen Glaube ich Oh mein Oh no Remake Yasa Oh no Wie lange hat der schon Nila 3 Eigentlich Chat Wie lange hat der schon Nila 3 eigentlich Kann das jemand sagen Die Serie spielen wir Glaube ich nicht Seju 1 kann raus Bart kann raus Für 4 kannoniert Das wäre okay Aber ich glaube So ist auch erstmal okay 3-4 Runden Okay Okay Consistence Wenn ich seine Streak Abbreche am Anfang Was ich hätte machen können Dann ist der fucking Doom Der hat 11 HP Der stirbt einfach Ja Mit 11 HP Der stirbt einfach legit Scheiße Oh der hat auch Nee der hat gar keinen einzigen Grapes Wir müssen herunterrollen glaube ich Damit der auch keinen Grapes findet Ja so 12 Die Sin kann auch raus Richtig Die Sin Bart raus 4 Dings rein Vielleicht Ja so 12 Durch Bart habe ich bald Habe ich keine 1 T1 Chance mehr Bald Ja scheiß auf die Ich spiele einfach so Mein Bart 2 ist auch nicht schlecht Erhöht man die Chance Für Grapes Der hat keinen Grapes bisher Der eine hält Heka Das ist aber Wie Heka dreimal Was Double A vieler spiele ich nicht Double A vieler Und einem spiele ich nicht Wir müssen gewinnen Das ist wichtig Scheiße Ich weiß nicht War es auch Shin 2 Ist er stärker als ich eigentlich Wtf Weil er Kavalier hat oder was Ist er stärker als ich Zurak hat 2 oder was Ich gehe es zurak hat 2 Diff oder Zurak hat 2 Diff ne Ja zurak hat 2 Diff nehm ich an Dann Grey sind alle reingedashed Alles klar Okay Na das ist einfach Ich brauche hier das Chinesler auf dem Anstatt Last Whisper Aber ich hatte den halt zuerst Oh Ja so raus Ja so raus Scheinesler Schnell sein einmal Scheinesler runter droppen Fuck my life Leben habe ich noch eigentlich Ich habe jetzt Das ist fein glaube ich Oh ja Danke 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 Mordok Danke Mordok Thank you Thank you Gott sei Dank Hatte ich hier keinen Platz Ich kann nicht mehr Mordok Thank you Grey Pascht mich Ich hätte Jaso Vielleicht verkaufen Scheinesler Alles okay Grey streiten Muss eigentlich reichen Ich hatte Jaso Verkaufen Okay okay Ah Giants ist so wichtig Mann Das Ding ist Macht halt gar nichts Giants gegen Nila 3 Wäre auch schon sehr gut Ne Einfach nur aus dem Grund Versucht er eigentlich noch Der sucht Terra 3 Soraka 3 Ich könnte ein Double Jaso Spielen wenn ich wollte Ich spiele Double Jaso Double Jaso Mit Hauptwächter Miss Sin Oder was Scheiße Ob Double Jaso Also Double Jaso 1, 2, 3 Ist mehr besser Bisschen Muss zum Dinges laufen Let's go nice Bisschen Ulti Dann Bisschen Kick W Bisschen Nochen Aber Fakt Lebens vorbei Frank Man C Buffet Oh Oh Weil ich Double Jaso Ach, shit, whatever. Bring me into the jungle, shit. Alter, alter, what's that?